Ich begrüße euch zu meinem 20. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Rundfunk. Als ich noch Schüler war, lief auf den dritten öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern das Schulfernsehen. Da diese Sendegruppe einen Bildungsauftrag hat, war dieses Schulfernsehen die Erfüllung des Rundfunkstaatsvertrags. Dieses Angebot, genauso wie vergleichbare Angebote, gibt es heute nicht mehr. Diese Sendergruppe hat jedoch auch einen Kulturauftrag. Dieser wurde so stark vernachlässigt, dass die ehemalige Integrationsministerin außer der Sprache keine deutsche Kultur ausmachen konnte. Wenn selbst verantwortliche Politiker dieses nicht können, kann man sagen, dass dieser Auftrag nicht erfüllt wird. Abgesehen von der offenen Frage, in was Migranten von ihr integriert werden sollten, wenn sie das nicht weiß. Zum Thema Migration findest du ein Video oben unter dem i. Die öffentlich-rechtlichen Sender wurden ins Leben gerufen, um eine objektive Berichterstattung abseits der Regierung für den Bürger zu gewährleisten. Ergänzt mit dem Grundsatz, dass die Parteien an der Willensbildung mitwirken. Wie kann es nach dem Grundsatz sein, dass Berichterstattung immer so ausfällt, dass es die Regierung positiv und die Opposition negativ darstellt? Wieso schaffen es Abgeordneten der kleinsten Fraktionen im Bundestag häufiger in politische Diskussionsrunden als die stärkste Oppositionspartei? Zum Parteien-System findest du ein Video oben unter dem i. Aus welchem Grund wird die Berichterstattung so selektiert, dass eine Richtung der Meinungsbildung von anderen vorgezogen wird? Gehen wir mal auf Inhalte der medialen Straftatberichterstattung ein. Mittlerweile kann man bei Tätern, die Migrationshintergrund haben, immer häufiger erkennen, dass diese in der Berichterstattung nicht benannt werden. Oftmals wird in dem Fall von den Opfern keine Notiz genommen. Wird aber ein Migrant angegriffen, sofern es nicht durch die eigenen Landsleute ist, wird dieses als rechte Gefahr politisch instrumentalisiert und medial ausgeschlachtet. Müsste eine neutrale Berichterstattung nicht jeden Täter gleichermaßen benennen und allen Opfern gleich der Herkunft dasselbe Mitgefühl aussprechen, am Beispiel der Silvesternacht in Köln 2015-2016, erfolgte die Berichterstattung erst drei Tage später, als in sozialen Medien darüber bereits diskutiert wurde. Böse Zungen könnten eine versuchte Vertuschung vermuten. Wegen der vermuteten gezielten ausbleibenden Berichterstattung, welche neben dem angegebenen Beispiel zu oft vorkommen, sollte jeder neben der öffentlichen Berichterstattung seine Perspektive ausweiten, indem auch freie Medien, umgangssprachlich Alternativmedien, zur Vervollständigung des Bildes hinzuziehen. Das Angebot ist mittlerweile erheblich größer als jenes der öffentlichen Berichterstattung und schließt Wissenslücken. Neben dem, was der ursprünglich gedachte öffentlich-rechtliche Rundfunk leisten sollte, aber nicht mehr erfüllt, hat sich die Medienlandschaft stark verändert. 1984 bekam der öffentlich-rechtliche Rundfunk den ersten Mitbewerber. Private Fernsehsender, die sich an den Bedürfnissen ihrer Zuschauerschaft richten, weil sie sich durch Werbeeinnahmen finanzieren, übernahmen relativ schnell die qualitative Führung auf dem Fernsehmarkt. Durch den Rundfunkbeitrag war bei den öffentlich-rechtlichen Sendern die Finanzierung auch bei sinkender Qualität immer sichergestellt. Dadurch, dass die einen es schaffen, sich selbst zu finanzieren, wuchs der Widerstand gegen die Rundfunkgebührenpflicht. Private Sender fusionierten, verschwanden, es kamen neue, um die Qualität aufrechtzuhalten. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hingegen kassierte die Pflichtabgabe und kümmerte sich nicht darum, was die Zuschauer sehen wollten und was nicht. Das einzige, was blieb, durch die Jahrzehnte Vorsprung, dass den Nachrichten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk mehr Kompetenz zugetraut wurde als den privaten. Aber ist dieses Vertrauen gerechtfertigt? Ich denke, heute gibt es inhaltlich keine Unterschiede mehr. Die besseren Filme und Serien laufen aber immer noch bei den Privatsendern. Dieses, wenn man öffentlich-rechtlich mit Privat vergleicht. Auch die Privatsender bekommen momentan heftige Konkurrenz durch Streaming-Dienste und ihre beliebten Exklusiv-Angebote. Ein Video zum Thema Streaming-Dienste wird es noch geben. Ergänzt wird das Ganze mit Pay-TV, also Sender, für die man, wie beim Streaming, um diesen Empfang zu können, selber zahlen muss. Fassen wir mal zusammen. Pay-TV und Streaming finanzieren sich durch Mitgliedsbeiträge oder Miete eines einzelnen Films oder Episode einer Serie. Ohne gute Angebote bucht es niemand und diese Firmen hätten keine Umsätze. Privatsender sind werbefinanziert und wenn sie nicht durch die Gebühr eines Kabelanbieters, welcher auch Pay-TV-Pakete hat, ist die Nutzung des Angebots, zum Beispiel über Satellit, absolut kostenfrei. Diese Sender sind auf Einschaltquoten angewiesen, um sich zu finanzieren. Ohne gute Inhalte schaltet niemand ein und es gehen Werbeeinnahmen verloren. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommt Geld von jedem Haushalt. Gleichgültig, ob wegen der Qualität das Angebot genutzt wird oder nicht, die Generationen heute schauen diese Sender nicht mehr. Zudem lässt die Qualität immer mehr nach. Eine Werbefinanzierung von 241 Millionen im Jahr kommen da noch hinzu. Durch die niedrige Qualität natürlich erheblich niedriger als bei Privatsendern. Aber die Einnahmen durch den Rundfunkbeitrag in Höhe von 8,1 Milliarden Euro im Jahr bleiben ja. Privatsender erwirtschaften ausschließlich durch Werbeeinnahmen 8,3 Millionen Euro im Jahr, bieten aber erheblich höhere Qualität. Durch die höhere Qualität haben Privatsender aber auch höhere Kosten fürs Programm. Bei öffentlich-rechtlichen Sendern gehen für die Führungsetage pro Person 200.000 bis 400.000 nur für das Gehalt drauf. Das Geld fehlt dann für das Programm. Anstelle sich mit 50.000 Euro im Jahr zufriedenzugeben, wie es bei den Privatsendern üblich ist, werden die Gebühren bei sinkender Qualität ständig angehoben. Wie man sieht, ist hier ein systemischer Schiefstand. Es darf nicht sein, dass man für etwas bezahlen muss, das man nicht zu Nutzen wünscht. Nur der, der das Angebot zu Nutzen wünscht, sollte zur Zahlung verpflichtet sein. Technische Möglichkeiten, dieses zu steuern, sind bereits beim PayTV im Einsatz. Eine solche Umstellung würde dazu führen, dass auch die Qualität wieder ansteigt. Wenn die Qualität stimmt, bin auch ich bereit, freiwillig für das Angebot zu zahlen. So wie ich nur für eine Zeitung zahle, die ich lese, so will ich auch nur für Fernsehsender zahlen müssen, die aus meiner Sicht sehenswert sind. Dazu kommt, wenn ich etwas bezahle, will ich auch die Rechte an diesen Erzeugnissen haben. Serien, Filme und Shows, die durch den Rundfunkbeitrag finanziert sind, gehören nicht den Sendern, sondern den Gebührenzahlern. Nach dem jetzigen Modell der Allgemeinheit. So sollte es zumindest sein. Auch im Radio gibt es öffentlich-rechtliche Sender, wie auch lokale Privatsender. Die Qualität der werbefinanzierten Privatsender ist erheblich hochwertiger. Ich will nicht für etwas zahlen müssen, was ich nicht nutze. Zum Thema Rechte an Medien will ich abschließend noch auf einen Fehler hinweisen, der sich momentan bei Streaming-Anbietern entwickelt. Jeder Anbieter hat guten, exklusiven Content. Die Zahl der Anbieter wächst am laufenden Band. Irgendwann ist die Menge der Anbieter, alle mit eigenen Gebühren, nicht mehr bezahlbar. Um Illegalität vorzubeugen, sollte es Lösungen geben, die mit den Privatsendern über Kabelanschluss vergleichbar sind. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Jörg